So, willkommen zurück. Ja, das Management hat stattgefunden. Ich gehe jetzt nochmal kurz durch. Also, ich habe jetzt hier alle Parteien hier durchgerattert. Und alle auf die letzten drei reduziert. Also die letzten, äh, ne kategorisch, also zahlenmäßig, letzten drei Besten. Habe ich jetzt behalten von jeder Kategorie. Und, äh, ja, somit haben wir jetzt einiges wieder gewonnen. Ein Platz. Und ich würde mir jetzt dieses, äh, Phönix-Ding kaufen. Ich hoffe, ich hatte das nicht schon. Ja, immer noch. Ich war nicht weg. Iwasha, Iwasha. So. Schwer, bitte. Schwer. Jawohl. Nehme ich mit. Kaufen. Uns geht immer noch nicht. Jetzt hat. Soll ich die Mittelmäßigen auch mitnehmen? 57. Ja, ja, nehme ich auch mal mit. Und die Leichte auch noch vielleicht für unsere Kolleginnen. Können das vielleicht brauchen. Die Waffen lasse ich mal stecken, alle. Und mal schauen, was es jetzt gebracht hat hier. Äh, so. Gar nichts. Nämlich genau nichts. Na, schwer für nichts. Da nichts bringt. For fuck's sake. Und für unsere Mädels? Ah, nee, bringt auch nichts. Für nichts. Sechs. Wäre gleichwertig. Schilde wäre weniger. Und das wäre auch Schilde weniger. Blöd. Tja, schlechten Einkauf gemacht. Meine Herren. Also ihr seht, auch das Einkaufen bringt wenig bis gar nichts in dem Spiel. So, alles Tier, ihr alles. Was hast du denn zu vermelden? Was? Wie, was? Was, was? Untersuchen. Ihre Arbeit. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Was studieren Sie? Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte, allele-spezifische Hybridisierung spezialisiert. Hä? Auf was? Verstehe kein Wort. Das war mir ein bisschen zu technisch. Ah. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Ja, komm. Jetzt stelle ich mich mal hier nicht so in so einem fiesen Licht da, ja? Ich stehe sowieso schon in einem schlechten Licht. Man sieht die Beleuchtung. Äh, gelassen. Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Ganz schön zäckig. Die gute Frau. Private Frage, ja. Kommen wir zu den privaten Fragen, da wir uns jetzt gerade so gut verstehen. Erzählen Sie mehr von sich. Ich bin Alestia Jalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Aless. Verzeihung. Störe ich. Ich habe gerade meditiert. Ich schätze, für eine rübelhafte Spezies wie die Ihre sieht das wie Unaufmerksamkeit aus. Ah ja, komm. Jetzt wirst du aber hier beleidigend, ne? Finde ich ja nicht gut. Rübelhafte Spezies. Nochmal private Fragen. Erzählen Sie mehr von sich. Ich bin Alestia Jalis von der Universität zu Aureis. Warum so rüde, genau? Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Äh, du musst eher freundlicher werden, damit ich verschwinde. Wie sieht es denn so rum aus? Benesia. Kennen Sie Materialchen Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Materialchen weiß. Und warum sollte ich das? Jesus, mach ich also. Eine, äh, ne? Eine unfreundlichere Tussi. Tosse. Hab ich wirklich noch kaum gesehen. Du dumme Nuss. Das wäre vorerst alles. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Ich meditiere dich gleich mal hier ins Jenseits. Die Nuss. So, Selbstsicherheit. Bist du ein bisschen freundlicher? Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles Ihre Schuld. Echt, oder? Vielleicht haben Sie ja Insektenspray. Okay. Oh, guck mal hier. Wunderschöne Einstellung von Liara. Und da ist sie weg. Na gut, Insektenspray. Hahaha, lustig. Okay. Dann, und du? Bist du zu vermelden? Ich versuche mal immer hier irgendwie, dass sie ein bisschen näher an die Kamera rankommen mit den Leuten. Haben Sie mal eine Zigarette? Und sind hier die Kippen ausgegangen? Ja. Nee. Ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt, um das Rauchen aufzuhören. Zählen Sie Ihre Volltreffer eigentlich? Ich bin bei 24. Okay. Krogana, Hanar, so ein Zeug halt. Mir egal, welche Farbe oder wie viele Beine die haben. Die wollen uns doch sowieso alle nur an den Kragen. Hm. Haben Sie mal eine Zigarette? Nein. Und sind hier die Kippen ausgegangen? Den habe ich vergessen, noch mehrmals zu fragen. So, meinen dann. Was gucken Sie denn so blöd? Oder soll ich das hier mal benutzen? Alter, was ist denn hier los? Die Firma hat eine Handvoll verdammter Asari geschickt. Zuckerschnecken richten doch nichts gegen diese Wanzen aus. Zuckerschnecken. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Okay. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ja, ja, ist ja gut. So, alles Ihre Schuld. Okay. Hier haben wir Sachen zum Untersuchung. Da das Inventar wieder frei ist, können wir alles aufnehmen. Oh, guck mal hier. Hier liegt ja jemand. Habe ich gar nicht gesehen. Ein Salarianer. Was? Nein! Hooray. Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Okay. Brauchen Sie etwas? Ja. Information. Jede Menge. Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nichts sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen nicht? Ich finde es doch relativ gemütlich, muss ich sagen. Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit. Die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Mhm. Wahrscheinlich. Das Sicherheitslabor. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han-Ola der einzige Überlebende. Wo kann ich ihn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Hä? Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ja, ja. Geräusche melden. Ich glaube, es hackt. Ich rüste mich jetzt mal um. Mir stinkt es. Diese Ausrüstung geht mir dick auf die Eier. Wir ziehen jetzt mal das hier an. Ja, oi. Was haben wir hier noch? Das ist natürlich gay. Das ist Ashley's Anzug. Das ist auch Ashley's Anzug. Das ist alles scheiße. Was soll das? Ja, Skorpen ist der... Genau, das ist der... Ne, da nehme ich den Guardian. So. Drauf geschissen. Auf die Stats erstmal. Bei den Unterhaltungen kann ich das ja mal tun. So, dann machen wir hier weiter. Was wollen Sie? Nicht so aggressiv, ja. Beim Sicherheitslabor waren wir private Fragen. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Oh, also dann war es ein Unfall. Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Aha, Dr. Cohn. Danke für den Tipp. Äh, private Fragen haben wir durch. Die Situation hier. Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Wahnsinn. Mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt. Tolle Wortwahl. Benesia. Ich suche eine Azari. Azari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Naja, hat er mir ja schon gesagt. Das weiß ich ja alles. Na gut, dann haben wir den durch. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Ja, ja, ganz ruhig bleiben. Äh, ja. Hier ist die Tür schon offen. Habe ich jetzt alles durch? Ja, sollte ich. Wie sieht es hier aus? Okay. Sicherheit. Oh ja. Ich glaube, ich gehe erst mal da links rum. Weil es da noch, äh, die Karte noch unentdeckt ist. Oh Gott. Es geht tief runter in die Tiefe. Oh, hallo. Halte durch. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Dr. Seth Cohen. Von dem war eben die Rede. Hallo, Dr. Cohen. Mit Ihnen rede ich gleich. Ich rede erst mal hier mit dem Patienten, kranker Wissenschaftler. Ah, okay. Soviel zum Reden mit dem Wissenschaftler. Und du? Ihr Wahnsinn. Ah, ja. Mein Gott. Ja, gell. Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Brauchen erste Hilfe. Kannst du die Ausrüstung für uns bedienen? Natürlich, Commander. Einen Augenblick, bitte. Okay. Was ist jetzt damit gemeint? Das System ist online und steht für medizinische Dienste bereit. Hm. Mira? Was machst du hier? Ich verwalte die Systeme der verschiedenen Gipfel 15 Einrichtungen. Unser Arzt, er weilt nicht mehr unter uns. Mira bedient die automatischen Systeme für uns. Okay, kranke Wissenschaftler. Was haben diese Leute? Rufe Loks auf. Sie waren gerade mit einem Experiment beschäftigt, als der Shutdown einsetzte. Als du vom Netz genommen wurdest. Ohne mein Programm für Eindämmungsprozeduren trat ein Quarantäne-Lag auf. Okay, ein Heilmittel. Welche Behandlungen wurden ausprobiert? Ich fürchte, eine Behandlung ist nicht möglich. Im Gewebe jedes einzelnen Patienten hat sich ein unbekanntes Toxin abgelagert. Hm. Okay, dann machst du es. Wir brauchen im Moment nichts mehr. Wie Sie meinen, Commander. Ich melde Sie ab. Aber warte, doch. Da war noch was. Das System ist online und steht für medizinische Dienstleistungen. Ah, nee, okay, passt. Alles klar. Wir brauchen im Moment nichts mehr. Dankeschön. Wie Sie meinen, Commander. Ich melde Sie ab. Ja. Dann reden wir zwar direkt mit Dr. Seth Cohen. Was? Was wollen Sie? Entschuldigen Sie die Störung. Nein, es liegt nicht an Ihnen. Ich bin nur etwas verwirrt. Sind diese Leute krank? Was haben diese Leute? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich... Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Okay, aber ich könnte helfen. Es ist ja wohl hier ein besonderer Notfall, möchte ich mal meinen. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Ich kenne sie. Ich habe sie repariert. Wir haben sie auf unserem Weg durch die Central Station reaktiviert. Sie waren das? Vielen Dank. Die automatische Ausrüstung funktioniert nämlich nur, wenn sie online ist. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Wir benutzen wieder unseren Charme und locken mal ein paar Informationen aus ihm heraus. Ich verstehe Ihre Sorge. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passen sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B. ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Glauben Sie, dass diese Unterscheidung die Sache ethischer macht? Militär, Regierungen, Sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Da haben Sie verdammt recht. Kümmern Sie sich später darum. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantäne-Labor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Hm. Es ist da drin gefährlich. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich kann sehr überzeugend sein. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Na gut. Entschuldigung, ich musste kurz mal ein Insekt hier töten, das hier rumzuschwören hat im Raum. So, ich kann mit ihm reden. Wie kann ich Ihnen helfen? Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantäne-Labore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Okay, Ihr Team. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös. Irrational. Mhm, Ihr Job. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Okay, dann werde ich mich mal mit Ventralis unterhalten, um in dieses Labor zu kommen. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ich hoffe, das auch. Gucken, was hier noch ist. Aha, aha, aha. Ah ja. Waffenspint. Oh. Ja, jetzt können wir wieder dechiffrieren. Jetzt haben wir wieder Platz im Inventar. Bam, 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 bam. Durch. Firestorm, Thunderbreaker. Alles nehmen. Wuhu. Was haben wir hier? Noch ein Spint. Yippie, aye, Schweinebacke. Und durch. So, alles nehmen. Aber nur Waffen. Immer nur Waffen. Ich will mal eine gescheite Rüstung haben. Wie sieht's denn aus? Ich mag diesen Ort nicht. Hier gibt es zu viele dunkle Geheimnisse. Oh ja. Wohl wahr. Dann jetzt aber Ventralis. Ventralis genannt. Ist alles immer sehr eingedeutscht hier, die ganzen Namen und Bezeichnungen. Bezeichnungen. So, hier durch, hier durch, hier durch. Mr. Ventralis, ich habe mit Ihnen zu reden. So. Hallo. Brauchen Sie etwas? Ich möchte Dr. Cohen helfen. Ich habe von dem Ärger im Quarantäne-Labor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Doch, riskieren wir es. Wir gehören nicht zu Ihren Abwehrplänen. Wir verbrauchen extra Rationen, extra Medigel. Ja, aber Sie haben auch extra Waffen. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Das ist nur fair. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Alles klar. Gut, das brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Ich habe noch zu tun. Was für eine Verabschiedung. Nee, aber da haben Sie sich ganz herzlich die Hände gegeben. Ist doch schon mal was. Und der will immer noch nichts sagen hier. Nee, dann lassen wir es. Gut, dann komme ich jetzt anscheinend irgendwo rein, wo ich eben noch nicht reinkam. Ich wüsste jetzt gar nicht genau, wo das war oder wo das gewesen wäre. Aber egal, jetzt stehen mir zumindest alle Türen offen. Genauso wie ich es mag. Quarantäne und Unterkünfte. Ist jetzt die Frage. Genau, wo muss ich jetzt hin? Ja, gehen wir einfach mal da rein. Wir schauen erst mal hier rein, oder? Die Wache, die Wache, die Wache. Nein, 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 nein. Warte, wenn da eine Wache ist, dann muss es da vorne sein, natürlich. Dann muss es hier sein. Zählen Sie Ihre Volltreffer eigentlich? Ja, ja. Ich bin bei 24. Laden. So, komme ich jetzt rein, dann wird hier auf mich geschossen. Eingriffsdrohne. Oh Gott. Ich speichere mal schnell. Achtung, Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Okay. Achso, da komme ich jetzt gar nicht rein. Muss ich mich hier reinhacken, oder hüß? Ja, wenn ich mich hier reinhacke, dann ist aber vorbei. Scheiße, wo geht es in der Zahnungssicherheit? Was ist denn das hier? Fahrschluss im Sicherheitslabor. Doch, da will ich hin. Ist doch das Sicherheitslabor. Lass mich nur mal kurz nachschauen hier. Aufträge. Neue Quarantäne, Rift Station. Gegenmittel herstellen. Begeben Sie sich in das Quarantäne-Labor. Es befindet sich die Treppe runter nahe dem Mannschaftsquartier der Wissenschaftler. Dort gibt es Ausrüstung und Aufzeichnung, mit denen Sie das Experiment der Wissenschaftler nachstellen und man Gegenmittel herstellen kann. Quarantäne-Bereich. Quarantäne-Labor. Finden wir das hier auf der Karte. Krankenstation. Sicherheitslabor. Ah, Quarantäne-Labor, alles klar. Dann bin ich da, richtig. Dann tun wir das doch da. Äh, das heißt, wir lassen das hier mal stehen. Und gehen jetzt hier rein. Ne? Oder? Ne, da ist doch jetzt... Achso, ne, da nicht. Da unten, genau. Da, wo ich zuerst rein wollte, verdammt. Ich hatte recht. Der Quarantäne-Labor. Labor. Labor Day. So, Labor Cass. Wollen wir mal hier gediegen voranschreiten. Mädels, ist ja dabei. Der Reiz des Winters lässt schnell nach. Ach ja, komm. Jetzt verzeihen wir nichts. Liara, äh, Liara. Tali, dir quälst doch hier so kalt, so kühl. So. Jeha. Ah, keine Faschlo-Musik, wie öde. Okay, oh Gott. Jetzt ist es aber kompliziert hier. Jesus Maria. Ventilationsraum. Ganz schön komplex, an der unmittelchen Quarantäne-Labor. Beim Ausrufezeichen. Hm. Das ist aber.